Alle im Haus hier, sind durch die Gegend am Fliegen, nur wir weiter nicht. Wir sind so Opfer, die die ganze Zeit zu Hause sitzen. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der Mensch, der so unbedingt viel reist. Außerdem bin ich sparsam und... Ich bin nicht so der Mensch, der so unbedingt viel reist. Sie fragt Unge, wie aufgeregt bist du im Hinblick auf die Weltreise? Ich bin mega aufgeregt, ich denke jede Nacht so, oh mein Gott, ich hab so richtige Kartoffeln. Ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie es ist, um die Welt zu reisen, aber mega, mega Bock auf die ganze Sache. Wie aufgeregt bist du denn, dass du alleine zu Hause bleibst? Ich hätt gern meinen Fernseher zurück. Ja, das ist eine andere Geschichte. Ich hab einen Fernseher von Rewi gestohlen, das ist eine andere Geschichte. Das war's, Arnie, du hast Schlusswort. Drogen sind nicht gut. Drogen sind nicht gut. Drogen sind nicht gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017